Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorping Plays. Ihr fragt euch jetzt Marcel, warum hast du eine Brille auf? Ich habe heute eine ganz besondere Challenge vor und zwar ist die folgendermaßen. Ich spiele COD. Ich muss nach 5 Kills ans Dartboard gehen und zwar hier rüber. Moment. Hallo, wenn ich über 59 Punkte geworfen habe, darf ich jetzt zurück an die Konsole. Wenn ich jetzt zurück in der Konsole bin, dann darf ich wieder 5 Kills machen. Wenn ich 20 Kills schaffe, also das heißt ich muss so lange werfen bis ich über 59 Punkte habe. Wenn ich 20 Kills schaffe, habe ich die Challenge geschafft, wenn nicht mache ich noch ein Video darüber. Ist das eine coole Idee oder nicht? Falls ihr es noch nicht genau verstanden habt, ich zeige euch jetzt wie es läuft und dann werdet ihr es verstehen. Also ich mache jetzt erstmal 5 Kills, muss dann 9,50 werfen. Sobald ich es geschafft habe, wieder Konsole, wieder Kills und let's go. Ich habe mich bei beiden Sachen übrigens heute nicht eingespielt, das heißt es wird schon mal lustig. Ich kann sagen, dass ich absolut verkacke, aber ich habe voll Bock auf diese Challenge Leute, übelst. Vor allem beim Daten sich nicht einzuspielen ist glaube ich der größte Fail, den man überhaupt machen kann. Alles klar, okay, Batterie ist leer. Hab ich gesagt, ja gut, das habe ich aber. Boah, der Loadscreen schon wieder länger als ich lebe, Mann. Okay, wie lange läuft denn die Runde schon? Wow, ich habe jetzt das Klassen-Set, ja alles klar, ich habe das falsche Klassen-Set ausgewählt. Okay, wir nehmen jetzt diese absolute random BRM-Klasse, die Challenge wird also noch ein bisschen schwieriger. Okay, erstmal 5 Kills überhaupt machen. Und die Runde läuft auch schon, also das ist jetzt erstmal so die Runde, mit der wir es ausprobieren, würde ich sagen. Okay, den ersten haben wir Leute, let's go. BO3 habe ich mir ausgesucht, einfach weil das immer viele von euch gerne gucken und ja, genau. Ui, Schluss. Okay, den haben wir. BRM läuft. Nein, Schluss. Den kriegen wir. Ja, wusste ich, hinter mir swan die. Okay, einen Kill noch, komm, einen Kill noch. Oh Gott, ich sitze so schwierig, ich muss sofort die 60 Punkte werfen, sonst bin ich am Arsch, Leute. Okay, wo ist der Typ? Da. Jawohl, okay, der war schnell down. Okay, let's go. Okay. Oh. Nein, ich muss ein Trippel treffen. Oh Gott. Leute, Leute, Leute. Fuck. Okay. Okay. Ja, okay, das reicht schon. Okay, weiter geht's. Uh, da bin ich wieder. Okay, Leute, weiter geht's wieder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 wieder fünf Kills machen. Ich finde das Konzept ziemlich geil. Das kam mir einfach so. Das kam mir gestern. Warum nicht? Nein. Oh Gott, der war so One-Shot. Okay, Leute, ich weiß nicht, wie der so schnell gestorben ist. Nein, nicht da hinten spawnen, Mann. Komm, jetzt hört mal auf damit. Okay, die sind alle hier. Nein, das war ein Assist. Hier ist einer noch. Zwei. Okay. Drei. Okay, die kommen hier. Vier. Okay, komm schon. Nein, oh Gott, nein. Einen Kill noch schnell. Okay, komm schon. Let's go. Tempest auspacken. Hätte ich mir aufsparen, sondern ich voll spaß. Okay, let's go. Oh Gott, schnell die Pfeile rausziehen. Oh Gott, oh Gott, okay. Ja, das ist gut. Nein. Oh, nein. Ich glaube es nicht. Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Okay, okay. Ja, let's go. Okay, let's go. Sauber, 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 sauber. Okay, nein. Ich hätte ein Tempest sogar noch gehabt. Fuck. Okay, wir haben 10 Kills. 20 ist das Ziel. Runde ist aber auch mehr als halb vorbei. Das heißt, es muss jetzt schon mal alles klappen hier. Komm schon. Let's go. Oh Gott, Leute. Wir müssen jetzt hier spawnen. Ey, das Video macht so Spaß, Leute. Ich habe lange nicht mehr so Spaß gehabt. Ich habe mich meiner eigenen Nate fast gesprengt. Einen Kill erst. Der Typ brennt einfach, Mann. Komm raus jetzt. Oh, als ob der... Nein. Nein. Oh Gott, oh Gott. Ich habe erst einen Kill. Noch vier Kills. Oh Gott, oh Gott. Es wird so knapp. Erst mal die Nate. Ich habe hier auch einfach die Standardklasse am Start. Jawohl. Noch drei Kills. Als ob... Okay, noch zwei Kills. Nein, er hat mich so gefickt, Mann. Noch zwei Kills. Der ist wichtig. Nein. Nein, das wäre so wichtig gewesen. Fuck. Oh Gott. Oh, fuck, Leute. Oh Gott, ich darf jetzt auch nicht zu hektisch werden. Alles klar, explodiert einfach nicht. Sauber. Okay, einen Kill noch. Einen Kill noch und dann... Ja, okay. Let's go. Okay. Okay. Okay, schnell. Das muss jetzt klappen. Okay. Nein, das ist so random. Warum werfe ich auf einmal so hoch? Was ist das? Da merkt man, dass ich nicht eingespielt bin. Jawohl. Let's go. Okay. Sauber. Okay, noch fünf Kills. Noch fünf Kills. Noch fünf Kills. Let's go. Okay. Wir können das ja dann, wenn ich es jetzt schaffen sollte, erweitern. Aber erstmal muss ich es schaffen. Oh Gott. Oh Gott, ich muss die fünf Kills aber erstmal schaffen. Das ist jetzt das Problem. Nein. Oh Gott. Einen hab ich. Ah, fuck. Nein. Oh mein Gott, Leute. Nein. Vier Kills fehlen. Und es gibt nur noch acht. Okay, komm. Oh mein Gott, war das big. Oh Gott. Ich hab 19. Ich hab 19. Warum hab ich ne Runde genommen, die schon lief, Alter? Ich Idiot. Nein. Na gut, Leute. Dann müssen wir halt noch ne Runde versuchen. Alter, das hat richtig Spaß gemacht. Alter, hat das Spaß gemacht, Leute. Holy Guacamole. Okay, ich muss natürlich sagen, ich hatte jetzt weniger Zeit und hatte ne Waffe. Wobei, die Waffe war krank. Alter, war die Waffe krank, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Holy. Hätte ich das eine Mal, warum ich auch immer dann auf Tops gespielt hab, statt dass ich normal weiterwerf, ich Idiot. Ich hab zweimal richtig gut geworfen, Alter. Und dann hab ich verkackt. Okay, Leute. Metro ist angesagt. Ich muss sagen, die Challenge macht richtig Spaß. Ich mach aber wirklich nur noch diese Runde. Wenn ich es nicht schaffe, dann mach ich einfach noch ne Folge. Und wenn ich es schaffe, dann machen wir ne andere Zielvorgabe, würde ich sagen. Oh Gott, ey. Der Choke is real, man. Ich muss erstmal überhaupt Hände haben. Ich aim ja wie ein kleiner Wichser, man. Guck mal, was ist das? Was ist das? Ich kletter und dann... Das Wichtigste ist halt cool bleiben. Ich muss jetzt zwei übelst verschiedene Themengebiete verbinden gerade. Okay, drei Kills schnell gemacht. Er gibt mir nicht wirklich sowas, ne? Das gibt's doch nicht. Er hätte alles haben können. Ich hab ihn outplayed. Okay, komm. Drei Kills haben wir erst, ey. Verpiss dich. Verpiss... 4... Schnell, schnell. Einfach den Kill machen. Egal, wenn ich sterbe, dann. Einfach irgendeinen. Jawoll. Okay, let's go. Oh Gott, ich hab die Kamera noch nicht angemacht, ich Idiose. Nein, das reicht nicht. Oh mein Gott. Ja, reicht. Okay. Fünf Kills schnell, real quick, Alter. Komm schon. Ich glaub, hier könnte jetzt was zu holen sein. Da ist einer. Okay, das ist gut. Einer ein Headglitch. Okay, zwei noch, zwei noch. Der Zug kommt. Der Zug kommt, das ist das Problem. Okay, die spawnen hinter mir. Einen noch, einen noch. Jawoll, das war big, das war richtig big. Okay. Jawoll. Jetzt sieht's doch ganz gut aus. Komm, wir holen mal die Vorräte rein. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja was Gutes. Vielleicht hilft es uns ja dabei. Aber, what the fuck. Nee, jetzt nicht so richtig dumm sterben. Komm, jetzt gib mal richtig geile Vorräte, bitte. Gib mal irgendwas Gutes jetzt. Ich hab voll die dummen Streaks eingepackt auch. Okay, eine Hellstorm. Kann schon mal ein, zwei Kills bringen. Nein, aber ich weiß, dass sie hier sind. Okay. Ich bin hinter denen. Eins. Zwei. Hä, aber warum hab ich 13 Kills? Hab ich eben mehr als eingemacht? Warte mal. Ja, ich werd geheatwaved. Okay, super. Ich muss aber 15 Kills haben. Und das ist ja logisch. Wenn ich vorher eingemacht hab, dann weiß ich nicht, was das Problem war. Okay, hinter mir ist einer. Nein, lass es. Schluss. Nein. Komm, einen Kill noch. Einen Kill noch. Das kann nicht wahr sein. Einen Kill noch, dann müsst ihr es eigentlich easy schaffen. Wenn ich da nicht choke beim Daten... Okay, komm, wir haben ihn. Okay, komm. Jetzt nur nicht beim Daten choken, dann hab ich. Oh Gott. Jawohl, let's go. 65. Boah, Leute. Ich hab echt... Ich werfe voll komisch, aber es klappt irgendwie. Okay, nice. Noch 5 Kills. Das ist ja jetzt wohl easy. Wir können ja einen Highscore aufstellen. Wobei, es ist noch nicht sicher. Alter, wie ernst machen die? Alter, was los mit euch? Oh mein Gott, get raped. Get freaking raped. Okay. Nein. Noch 2 Kills. Er holt mich. Ich glaub's nicht. Okay, einen hab ich. Er hat Active Camo. Ich kann nicht mehr. Er benutzt Active Camo. Das war's. Das sind 20. Okay, wir gucken, wie viel wir schaffen. Wir gucken, wie viel wir schaffen. Nein. Oh Gott, das sind nur 55. Oh Gott, okay. Okay. Let's go. Okay, schön. 60 Punkte. Können wir nochmal 5 Kills holen hinter mir? Oh mein Gott, Digga. War das krank. Was ich ihm für ein Ding gegeben hab. Nein, das ist jetzt mit einem komischen Namen, Digga. Sollen wir nicht so ernst machen? Okay, nice. Okay. Okay, bei 25 geht's wieder los. Okay, nice. Okay, Leute. Ich bin heute richtig on point bei beidem, aber heftig. Okay, komm. Let's go. Na komm. Okay. Einer spawned hier. Okay, das Geschütz macht das schon irgendwann. Okay, dann wird's wohl ein Kill. 25 könnten's noch werden, wenn ich's schaffe. 25 sollten's werden. Ja. Okay, 25 Kills haben wir geschafft, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like dafür. Mir hat's echt extrem viel Spaß gemacht. War echt cool. Dann schreibt's mir gerne in die Kommentare und lasst ein Like da. Ich bin raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.